Was ist die Impfpflicht? Ach Herr Pistorius, das ist ja schön, dass Sie sich mal hier öffentlich blicken lassen. Haben Sie doch die Impfpflicht jetzt zurückgenommen nach Jahren, ja? War das doch ein Fehler oder was, ja? Schämen Sie sich für Ihre Kriegspolitik! Schämen Sie sich! Treten Sie zurück! Rücktritt, Rücktritt, Rücktritt! Kriegstreiber! Wir werden erkrankt und wir haben nichts vergessen! Kriegstreiber! Wir werden euch immer wieder erkennen! Kriegstreiber! Da ist jetzt der Pistorius reingegangen, ja? Michael? Ja, Oliver! Darf ich da rein? Nein, das ist gerade nicht. Warum? Das ist ein offensichtliches Lokal hier. Ich glaube nicht, dass Sie da rein müssen. Ich möchte da rein. Ich lasse jetzt aber nicht hier rein. Ja, mit welchem Recht? Sie stellen eine Gefährdung gerade da für uns. Ich stelle eine Gefährdung da? Ja, ganz genau! Aha! Okay! Möchten Sie denn was essen? Ich glaube nicht! Doch, ich wollte darüber was essen! Das glaube ich nicht! Doch, ich habe gerade Hunger! Damit hält man das nicht auf! 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 Die technischen Daten sind nicht gut! Weitere!